Was ist das oberste Ziel, die Grundfähigkeit an den Markt zu bringen, unsere Stärken zu spielen? Wo sind unsere Schwerpunkte? Welchen Preisfokus haben wir? Welche Leistungsauslöser haben wir? Welche Produktkomponenten haben wir? Wie wollen wir am Markt auftreten? Aber du hast in so einem dynamischen Marktumfeld eben nicht nur die Aufgabe als Produktgeber, das Produkt zu platzieren, sondern eben auch den Markt zu definieren. Und daran arbeiten wir tatsächlich auch ein Jahr nach Produkteinführung noch immer. Wir wollen gemeinsam mit weiteren Gesellschaften den Grundfähigkeitsmarkt nicht nur erobern, sondern eben vor allem auch definieren. Und das ist das, woran wir aktuell arbeiten. Aber der Pitch am Markt, die Produktplatzierung, die ist, soweit ich das sagen darf, mehr als gelungen. Also ich habe jetzt selber, glaube ich, vielleicht 600, 700, 800 Makler auf Roadshows, auf Messen, Vorträgen, individuellen Schulungen gesehen, erlebt. Und du bekommst im Grunde immer dieselben Nachfragen oder Themen, die den Makler wirklich interessieren. Das ist immer das Thema Haftung. Also bin ich dann überhaupt rechtlich haftungstechnisch sauber, wenn ich dem Kunden eine Grundfähigkeit anbiete und von der BU wegrücke? Das zweite Thema, wann leistet es so eine Grundfähigkeit eigentlich? Und das dritte, wie kann man sie eigentlich differenzieren von einer Berufsunfähigkeit oder einer Erwerbsunfähigkeitsrente? Wo stehen diese Produkte im Markt? Und das ist etwas, woran wir ebenfalls weiterarbeiten wollen. Das ist also viel der Bereich Aufklärung. Und ich muss aber auch sagen, ich bin nach wie vor enorm positiv überrascht. Und zum einen, welche Welle dieses Produkt insgesamt macht und damit eben auch der Markt. Zum anderen aber auch, wie konstruktiv und wie produktiv die Makler insgesamt darauf reagieren. Denn für mich ist jede konstruktive Nachfrage ja eigentlich ein Impuls. Ich habe Bock auf das Thema, ich möchte es verkaufen, aber ich möchte vor allem sicher im Handling damit sein. Was ist noch so ein bisschen der Detailblick doch erforderlich? Das ist anders als im Bereich der Berufsunfähigkeit beispielsweise. Und hier müssen wir weiter in der Kommunikation sein und versuchen aufzuklären, was ist eigentlich das Wesentliche bei einer Grundfähigkeit? Worum geht es? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen Marketing gesteuert? Ich finde, Marketing ist immer fair und gehört dazu. Aber mein Ansatz, unser Ansatz ist, uns aufs Wesentliche einer Grundfähigkeit zu konzentrieren. Und das sind vor allem die richtigen und dann auch die sauber definierten Leistungsauslöser. Genau darum geht es. Und das zweite Learning ist, dass der Markt enorm dynamisch ist. Also ich glaube, der Grundfähigkeitsmarkt 2017 unterscheidet sich von dem 2019 eklatant und wird sich auch in 2021 weiterentwickeln. Und das ist für mich eigentlich Grund genug, auch als Makler das Thema zu bedienen, weil die Gesellschaften sich derzeit im Moment ganz, ganz stark bewegen, um insgesamt mal einen Rahmen zu bauen im Bereich der Premiumtarife. Und das ist das dritte Learning, auch ein ganz zentrales Element unserer Schulungen, dass sich Premiumtarife im Grundfähigkeitsmarkt durchsetzen. Da musst du als Player mitspielen. Das ist auch klar. Der Makler bedient die Grundfähigkeit in der Regel immer noch dann, wenn die Berufsunfähigkeit nicht funktioniert. Und das heißt eben, ich nehme in der Grundfähigkeit kein Basis- oder kein Plusschutz. Ich nehme die Premiumvariante. Das ist ein ganz großer Unterschied, beispielsweise auch zu unserer Ausschließlichkeit. Diese drei Bereiche, die haben wir gelernt, die haben wir erkannt. Und da werden wir auch weiterhin daran arbeiten. Und nochmal, der Markt atmet und auch wir bleiben hier nicht stehen. Also was vor allem für uns spricht, und das macht es auch immer sehr, sehr agil in unseren Schulungen oder unseren Vorträgen, sind im Grunde genommen, ich sage mal, drei Parameter. Einmal haben sich die Zahl 18 durchgesetzt. Du brauchst heute in einer Premiumgrundfähigkeit Minimum um die 18 Grundfähigkeiten. Und das machen nicht nur wir, das machen auch andere Gesellschaften. Aber das ist im Moment so der Anspruch, den man haben sollte. Explizit für uns sprechen zwei Aspekte. Das ist einmal die Preisstrategie. Wir haben den Fokus auf 40 plus gesetzt. Und das ist mutig gewesen, natürlich auch in Kombination mit unserer Ausschließlichkeit. Und erreicht genau den Pool, den Mittelstandsmakler, nicht zwingend die Vertriebe. Es ist nicht der Kunde, 40 plus ist nicht der typische Vertriebskunde. Aber gerade im Pool und im einzelnen Makler-, Mittelstandsmaklerbereich. Der Fokus bei 40 plus, dort ist unser Preisschwerpunkt, weil wir ganz klar sagen, ein junger Kunde, unabhängig von seinem Beruf und im Zweifel auch unabhängig von seiner medizinischen Einstufung, bekommt im Maklermarkt in der Regel immer eine biometrische BU-Absicherung angeboten. Das geht irgendwie immer durch. Grundfähigkeiten hingegen, 40 plus, deutlich schwerer. Und genau da haben wir den Preissektor gesetzt und damit auch die Risikoprüfung. Und das zweite Parameter, was für uns spricht, ist der GoVital-Bonus. Nach wie vor die einzige Lösung am Markt, wo ihr für eure Kunden einen Monatsbeitrag, etwa einen Monatsbeitrag im Jahr generieren könnt als Rückerstattung mit einem relativ einfachen Prozess auf gota.de. Das sind die beiden Aspekte, die wir sehr, sehr gerne bringen und die auch sehr positiv angenommen werden. Ja, also Ziele fürs kommende Jahr, Produktionsjahr würde ich es mal nennen. Wir sind ja mittendrin im Endspurt 2019 und solange das noch nicht abgearbeitet ist, ist 2020 auch noch nicht wirklich nah genug. Im Moment geht es uns darum, mit einer gemeinsamen Roadshow, mit der Bayerischen, der Nürnberger und eben auch wir als Gotha, ich glaube, fast schon erstmalig gemeinsam aufzutreten, unabhängig von einem Pool oder einer Genossenschaft. Wir treten als drei Gesellschaften auf, um das Thema Grundfähigkeiten weiter in den Markt zu bringen. Wir haben uns im Zuge der Roadshow auch drei Experten an die Seite gestellt, damit wir wirklich auch für die Makler neutrale Informationen übermitteln können und eben keine Produktschlacht machen wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Und das ist jetzt im Moment der nächste Fokus, den wir im Oktober diesen Jahres dann bespielen werden. Also ihr merkt, es geht immer darum, den Markt weiterhin zu definieren und auf diesem Zug weiterhin drauf zu bleiben. Und ich kann im Grunde genommen auch jetzt aus dem letzten Jahr heraus sagen und auch allen Gesellschaften gratulieren, die auf diesem Grundfähigkeitszug aufgesprungen sind. Es ist für uns der am stärksten wachsende Markt im Bereich der Lebensversicherung. Und wir wissen eben auch, dass das im Pool und teilweise auch in den Vertrieben genauso gesehen wird. Und ich freue mich über jeden weiteren Vertriebspartner, der mit uns auf diesen Zug aufspringt und dann gemeinsam mit uns im Grundfähigkeitsmarkt 2019 fortfolgende konstant erfolgreich sein wird.